Dieses Video beschäftigt sich mit der Erstellung einer Multiple-Choice-Frage in Ilias. Die Multiple-Choice-Frage, auch Antwort-Wahl-Verfahren genannt, bietet die automatische Auswertung von mehreren Antwortoptionen einer Frage. Sie können die Multiple-Choice-Frage direkt in einem vorher angelegten Test oder in einem Fragenpool erstellen. Fragen aus dem Fragenpool können später in verschiedenen Tests eingesetzt werden. Um eine Frage anzulegen, klicken Sie auf Frage erstellen. Im Dropdown-Menü kann der Fragentyp Multiple-Choice ausgewählt werden. Anschließend klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie den Titel der Frage ein. Dieser kann in einem Test optional angezeigt werden und dient der späteren Suchfunktion. Eine optionale Beschreibung wird in der Auflistung der Frage im Fragenpool sichtbar, jedoch nicht im Test. Jeder Fragentyp besitzt einen Editor zum Gestalten der Frage. Sie können damit zum Beispiel Ihren Fragentext formatieren, in Tabellen strukturieren oder Bilder einfügen. Sie können die Frage mit einem Aufgabenstamm einleiten, der in die Aufgabe oder das Thema einführt und alle zur Beantwortung relevanten Informationen enthält. Nun folgt die Frage. Diese muss eindeutig lösbar, verständlich und positiv formuliert und ohne das Lesen der Antwortoption zu beantworten sein. Unter der Bearbeitungsdauer können Sie angeben, wie viel Zeit die Beantwortung der Frage in Anspruch nimmt, um später einen Richtwert für die maximale Bearbeitungsdauer eines Tests zu ermitteln. Bitte beachten Sie, dass diese Angabe nur zu Planungszwecken dient und keinen Einfluss auf die tatsächliche Bearbeitungsdauer der Studierenden hat. Setzen Sie das Häkchen bei Antworten mischen, sodass jeder Aufruf der Frage die Antworten neu durchmischt. Im nächsten Schritt geben Sie die Antworten ein. Über die Symbole Plus und Minus können Sie weitere Antwortzeilen hinzufügen oder entfernen. Antwortoptionen können richtig oder falsch sein. Falsche Antwortoptionen, sogenannte Distraktoren, sind für die Schwierigkeit einer Aufgabe wichtiger als richtige Antwortoptionen. Sie sollen unwissenden Studierenden plausibel erscheinen, ohne die wissenden Studierenden zu verwirren. Beachten Sie, dass die Antwortmöglichkeiten in inhaltlicher und sprachlicher Hinsicht gut gewählt werden sollten. Sind Distraktoren nicht plausibel und gut formuliert, könnte die richtige Antwort unfreiwillig preisgegeben werden. Alle Antwortoptionen sollten eindeutig und prägnant, grammatikalisch auf die Frage abgestimmt, aus dem gleichen Themenbereich, ähnlich lang und formuliert sein und keine Ähnlichkeit von Wörtern in Aufgabenstamm oder Frage beinhalten. Vermeiden Sie außerdem Formulierungen wie alle oder keine der genannten Antworten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu vergeben. Wichtig ist dabei, dass keine Maluspunkte vergeben werden dürfen. Für falsche Antworten dürfen also keine Punkte abgezogen werden, die zuvor durch richtige Antworten erreicht worden sind. Tragen Sie Ihre Punkte pro Antwort für ausgewählte und nicht ausgewählte Antworten ein. Für richtige ausgewählte Antworten können Sie beispielsweise einen Punkt geben. Wurde die richtige Antwort nicht ausgewählt, geben Sie null Punkte. Wurde eine falsche Antwort korrekterweise nicht ausgewählt, können Sie auch hierfür einen Punkt geben, um die Ratewahrscheinlichkeit zu senken. Um zu verhindern, dass Studierende einfach alle Haken setzen, um Punkte zu erreichen, können Sie außerdem die Anzahl der auswählbaren Antworten begrenzen. Diese Anzahl wird bei der Bearbeitung der Frage angezeigt. Legen Sie die Frage nun mit Speichern und Zurückkehren an. Über die Vorschau können Sie Ihre Frage so sehen, wie sie im Test aussehen wird. Möchten Sie Ihre Frage zu einem späteren Zeitpunkt verändern, können Sie dies entweder direkt im Test oder im Fragenpool machen. Geänderte Fragen im Test werden dort direkt aktualisiert und optional im Fragenpool angepasst. Geänderte Fragen im Fragenpool werden nur in zukünftigen und nicht laufenden Tests angepasst.